Lübeck, die deutsche Talkshow-Legende Hans Meiser, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Aufgrund von Herzversagen sei Meiser unerwartet verstorben, erklärte der Radiosender Wellenrausch auf Instagram. Meiser, der 1946 in Bad Rotenfelde in Niedersachsen geboren wurde, hatte den Sender selbst gegründet, moderierte dort jahrelang die mehrstündige Hans Meiser Show. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen. Danke Hans! Danke für alles, heißt es in dem Beitrag. Bekannt wurde Meiser als Moderator der RTL-Sendungen 7 vor 7, der Nachrichtensendung RTL Aktuell, der gleichnamigen Talkshow Hans Meiser oder der Fernsehserie Notruf. 2010 wurde der Vertrag von Hans Meiser bei RTL nicht verlängert. Bei RTL spielte sich der Moderator in den Vordergrund, als er bei der Geiselnahme von Gladbeck als erster Journalist schnell mit den Geiselnehmern in Kontakt trat. Nachdem sein Vertrag mit dem Privatsender 2010 nicht mehr verlängert wurde, folgten neben der Moderation bei Radio Regenbogen auch Auftritte in der ZDF-Show Neo Magazin Royale. Ein wenig an seinem Image kratzten Auftritte für das Online-Portal Watergate.tv, das Verschwörungsterrorien verbreitete. Der TV-Mann engagierte sich für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, war zweimal geschieden und hatte drei Kinder. Zuletzt lebte er in Scharbeutz in Schleswig-Holstein. Sein letzter Wunsch sei es gewesen, den Radiosender weiterzuführen.